Ok Freunde, hau diri und willkommen zurück bei heute sind es drei. Wir probieren es nochmal. Und so eine Stappe jetzt in die dritte Staffel. Die zweite Staffel habe ich damals abtrechen müssen, damit der Spielstand flutten kann. Ok, da sind wir. Und zwar wieder einmal in Sunset Valley. Ich glaube da ist es ganz mittlich. Ja pass auf, meine Familie habe ich schon erstellt. Und zwar spielen wir wieder einmal eine echte bayerische Familie. Genauso anstandlos wie die letzte. Und zwar haben wir da die Familie Geschwendner. Allerdings sind die finanziellen Möglichkeiten ein bisschen begrenzt. Ja pass auf, da ziehen wir. Wo ziehen wir da hin? Ja gut, geht schon wenig. 48.000, wir haben gerade 20.000. 15.000. Der ist Schropflintenstil. 16.000. Monoton. Das ist besser. Oder gehen wir da hin? Warte, ich habe das Grundstück. Ja gut, probiere es einmal. Ja pass auf, da wo wir gehen. Im Wasser Lilienweg 58. Speichern. Möchtest du speichern? Ja gut, machen wir einmal. Okay, sagt er. Oh. Oh, so ist die Lasse. Scheiße. Wobei, hätte ich schon gemeint. Die Kohle hätte ich nämlich nicht. Und zwar spielen wir das mal in 4 Sims gell. Ja pass auf, da haben wir zu einem. Warte mal. Das ist Familienoberhaupt. Der Alois. Wo ist er? Da ist er. Der Alois Geschwendner. Spielt nochmal los. Nicht das? Dann haben wir zum zweiten. Die Brigitte schön. Spielt nochmal Brädel. Das meine ich passt ganz gut zu dir. Und dann haben wir noch. Die Philomena. Der familieneigene Kruftige. Die gehört dazu. Und der Lausbue. Vielleicht der Toyser, der Wickerl. Hey, wo treiben die Sido? Stiwishagavuna. Siwa? Ja gut, ich streite schonmal. Geht schonmal gut los. Kann ich sagen, Leute? Warte mal, ich möchte ein Geschenke. Nein. Pass auf, wir brauchen auf jeden Fall jetzt einen Schub, geh. Damit der Kohl rein kommt. Warte mal. Alois, wie schaut denn aus? Dein Lebenswunsch. Astronaut werden. Wir brauchen die mitte. Das ist alles noch zu tun. Und ja, immer mit dem wir geblieben sind. Die sind nun mal sicher. Ich weiß nicht. Es ist noch einiger Dich. Das ist nicht so schlimm. Es rief, die liegt doch noch dahin. oder Gesetzeshüter. Fangen wir mal gleich an. Pass auf, der Luque, was tut denn der schön? Der vertrischt deine Mutter. Ganz normal bei den Bayern. Geht dazu. Ja, du so. Die schluckt ihre Kinder. Ja! Bräuchte allerdings verfügbare Jobs bei Seif. Halt Spitzl, trifft dich gut. Von Montag bis Freitag, nimm an. Der Hein Gotthard ist der Chef. Na gut, wenn sie dich süß. Wir müssen Nippeln zu Baba. Ja, gute Frau, kann ich irgendwo's? Lebenswunsch, eine Heiratsschwindlerin. Schlauern, Schakfreimi, ähm, Finneshe, Wokaduni. Chila, Chakalati. Hat die einen Wunsch? Noch nicht, oder? Die ist nämlich, was ist denn die? Warte mal. Warte mal, wo siehst du denn das? Teenager. Kinamashi in Abaka. Oh Leute, ich muss mich jetzt mal orientieren gehen, ich geh mit dem Maus. Schon bisschen her. Der Aller ist, was du denn da? Lesen. Der Zauberer von Palladia. Du bist heute raus. Kann er noch kochen? Aha. Uwala. Chilakati. Kochen Band 1. Zu viel Salz. Chilakati. Chilakati. Mein Gott, schau dir die so, wie sie dir herkommt. Errungenschaften? Nein. Weg damit. Pass auf, sie tut, was möcht ich? Kritisieren? Nein. Der steht da drum. Der steht da drum. Selbstgespräch führen. Na gut. Die Fähigkeit schreiben lernen. Möcht er noch? Einen Kursbeleger, sag mal. Einen Elixir bekommen. Einen Schnapselixier. Fräulein Philomena, was möchten sie? Einen Teilzeitschub. Fahren lernen, das auch noch. Ein Etagenbett. Ein Etagenbett. Schauen wir mal. So, Fräulein Bredl. Moment. Die lernt noch. Die Wirtschaft. Gitarre spenden lernen. Gitarre spenden lernen. Oh Gott, lieber Nick. Ich glaube, die früchte Gitarrens haben. So, der Meister Lois. Was tut der? Der steht immer noch blöd in der Gegend rum. Der muss allerdings. Warte mal. Deine Fähigkeiten. Braucht er noch. Abgänger der Militärschule steife Festung. Militärkarriere. Ja gut. Steigen wir jetzt mehr auf, geh. Zum Oberhauptkommissar Spezial. Pass auf. Sie lest, gell. Wie schaut denn aus mit der Kohle? 4229. Nicht die Welt. Versteigen Sie schön. Amäßig die Kurse. Such dir einen Job. Und sie lest immer noch, geh. Wie schaut denn aus? Kann ich schon was? Achso, kann noch nix. Dauert noch. Hör besser auf, heute haben wir Sonntag. Das heißt, morgen muss der Wickerl zur Schule. Wenn er mag. Welterspezialistin. Eine Buchhändlerin. Rezeptionistin. Da gehen wir mal. Geht eine. Warte mal, was sollen denn die anderen? 333. Kassenexpertin. Geht ue. So, der Bläsentum. Können wir das ausblenden? So, er weiß nicht wo hin, geh. Logikband. Springer gegen Läufer. Ja, wie geil. Lern was. Damit er zumindest ein bisschen was kann. Und er weiß nicht wo hin. So, er weiß nicht wo hin. Meister Luis. Du bist ja dann raus. Rotte ihn ohne Hunger. Oh, ne? Schau, das ist auch... Die schreiten schonmal... Breitisch. Arnavischi? Kimmelblatts? Norboots? Chimalats? Shishfuna? Oh! 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 Salutieren! Jawoll! Oh! 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 Eine Beschämung ausdrücken! Aber seine Tochter muss er... Muss er loben, oder? Oh! 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 So, Briehle ist immer noch... Und kannst keinen Knobonash, Typhleurny Clark. Bibi Gribatz? Nach einer Mikrowelle. Unaku Zawalami. Krasuniven. Mawimki Himbak. Talaya. Tashkala Luganid. Zaroa. Glubnach. Pass auf, sie kommt hoch, gell. Unaku Laki Ushkadaki. Unaku Abenaki. So muss ich, die Schaumärchen. Kennenlernen. Zeig die Doktor. Plaudern. So, sie fangen zum Panschen an. Mal schauen, was rauskommt. Hauptsache, man kann sie irgendwie fressen. Brigitte möchte Meisterkönig werden. Ich glaub, da möchte ich da wo hoch hinaus. Ein Etagenbett. Wobei. Schlafplatz, ob ich für drei Leute geh. Was haben sie da? Ach so ein Tisch. Mhm. Da könnte man eigentlich. Warte mal. Wie schaut denn aus? Ein Etagenbett. Ein Hochbett. Toll. Warte gut, ohne eine. Das war brauche ich. Seid ihr's? Etagenbett geschmeidiger Schlaf. Warte mal. Neh mal den Grün geh. Warte, das pflanze ich mal. Warte, das weg. Nein, Mann. Da oben. Du schaust raus, passt doch her. Schon, oder? Geht schon. Oder? Toi. Das ist Toi. Dann können die Kinder zumindest drin schlufen, geh. Du so mal Brigitte, wie schaut denn aus? Bist fertig? Da alles hat einen Hunger. Und scheiden. Scheiße, warte mal. Der Stuhl. Dann können sie zumindest drei essen. Der vierte muss zuschauen. Oh, Mozilla. Oh, Mozilla. Das war die Frau. Bei Lauf. Er futtert. Hat ihren Hunger. Schon, oder? So wie die ausschaut, hat die immer Hunger. Oh, Mozilla. Kein Essen. Oh, Mozilla. Oh, Daka. Ich hab keine Essen. Oh, was weiß ich. Oh, lass mich noch mal was. Oh, mein Gott, ich hab dich frisst. Pass auf, er misset mal Sprengfalle platzieren Überschwemmte Toilette Die überschwemmt, jetzt schon wieder Ne, gut Mal mal Wobei Er brunzen, dann spring er Und dann könnt er Bissi Brotzeit machen So, schauen wir das an Kinderzimmer Fahrerlern Die Kunstgalerie besuchen Pass auf, ich brunze ein bisschen Und dann suchen wir uns eine Kunstgalerie Grillfest in der Nachbarschaft Da und Du so, mir hört der Sound da Könnte man allerdings ein bisschen Zurückfahren Gehen dies Die Kartenansicht Ja, können wir den Scheiße, wie ist das gegangen? Da waren wir Etwas, etwas leiser, wenn ich bitten darf Die Kunstgalerie Da haben wir's Die Kunstgalerie